Wir waren jung. Wir wussten nicht, was wir taten. Sie sagten immer, kommt, verpflichtet euch. Das wird ein riesiger Spaß. Hätten wir es doch bloß besser gewusst. Aber jetzt waren wir drin. Und es gab kein Zurück. Also machten wir aus der Not eine Tugend. Und spezialisierten uns auf das, was wir am besten konnten. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Battlefield. Ihr wisst, wie immer, ohne Skill und ohne Anspruch hier zusammen mit Fab, 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 Fabian. Sgt. Max und Taras. Hallo. Hey, Birgit, 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 Birgit. Los, 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 los. Das ist laut, Alter. Ich würde gerne da einem richtig einen reindrücken, aber ich sehe niemanden. Dario, würdest du gerne einen reindrücken? Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Dario, da kann ich es mit... Oh, was? Hast du ihn? Hast du ihn? Ich bin erledigt worden. Ja, aber da hinten, da hinten war einer. Ich liege. Ja, ich mit der Gaskranacht habe ich. Okay, er ist gefallen. Gas. Ich versuche dich zu retten, warte. Muss ich aber gleich eine Gasmaske aufsetzen. Ja. Dario, wo springen die Leute mal runter? Wo seid ihr denn nicht hingelaufen? Auf welchen Punkt? Oh, Alter. Wir sind bei dem. Oh, Granaten, Granaten. Aber jetzt können wir mal C probieren. Ja. Ja. Ich bin zu tief. Ihr seid boh bei boh. Hier kommt Bombarder. Bombarder, Bombarder, Vorsicht. Genau das hier runter. Bombarder. Bombastisch. Pep, du bist verletzt. Komm zu mir. Lauf, Perky, lauf. Ja. Das ist wie ein Typ, Bader auf jeden Fall. Da kommen ganz viele. Das sind ganz viele. Ach nee, das ist ein Busch. Okay, alles gut. Aber es sah aus wie ganz viele. Ich erschrecke mich. Ich weiß nicht, lieber einmal ein bisschen vorsichtig bei einem Busch sein. Als einmal zu unvorsichtig bei den Gegnern. Haben Sie da aus dem Krieg auch gesagt? Ja, garantiert. Da kommt einer hoch. Lieber einmal mehr Angst vor einem Busch haben. Boah, was war das denn? Taros, hilf mir. Da kommt, da ist jemand an einem Flakgeschütz. Von wo? Ähm, von, ich glaube, C. Nee, also von B. Bei B ist ein Flakgeschütz. Komm rein, komm rein. Wir haben D wieder verloren. Ja, da wieder zurück. Ja, das D nochmal. Aber nicht über rechts, weil da hat jemand ein Flakgeschütz. Ja. Ich gehe jetzt gerade über die... Oh, ich bin tot, ich bin tot. Ja, genau das war auch das Flakgeschütz. Ja, ja, Moment, Moment, Moment. Ich liege im Krater da oben. Ja, da... Ich werde beschossen, ich weiß nicht von wo. Dann rette ich dich jetzt, Max, wenn ich damit sterbe. Ach, okay, ich hab dich. Ich hab dich. Ich fühl's nicht, Digga. Boah, hier. Oh, da ist ein Gegner drüben. Nochmal, Börge, nochmal. Ich kann... D nicht. Die Pärschen gleich bei D. In diesem Turm drin ist der drin. Alter, okay, 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 okay. Ah, okay. Nice. Mist! Der hat mich zu siebt. Ich gehe jetzt von D zu B. Wollte ich nur kurz sagen. Wo ist denn der Sniper, Dude? Wo ist denn der? Da, ich seh' ihn. Die rücken gerade von B nach C vor. Wobei wir auch gerade D wieder verlieren. Ja, ich versuche bei D reinzugehen. Bei dir, Börge. Scheiße. Kann er sich mal zeigen, Alter? Da ist einer drinnen. Back und da ist einer drinnen. Links, 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 da ist einer drinnen. Über mir, okay, nice, nice, nice. Ich hab ihn. Ich hab gar aufs Indie gekocht. Ich hab mich gerade ablenken lassen hier. Ich hab einen gekillt. Oh, oh, hier ist ein Panzer. Da oben ist noch einer. So, hier ist ein Panzer. Oh, ich bin tot. Ich wusste, ich hab noch einen gehört hier. So eine kleine Sau. D, was ist hier los, Alter? Ich hab auch noch keinen Kill gemacht, D, was ist denn los, Mann? Waren das jetzt alle? Müssen wir zu C laufen. Ja, da ist keiner mehr. Opa, komm. Okay. Opa, komm. Ich hab mir wieder C geholt. Das ist echt bitter. Ja, das ist halt die ganze Zeit hin und her hier, ne? Wieso, Scheiß, Alter. Ich hab so lange gar kein Dings mehr gespielt worden. Hier ist direkt ein Panzer. Scheiße, das muss ich noch lagen. Raus, ich muss zu dir kommen. Nein, keine gute Idee. Warum? Panzer. Wo ist denn der genau? Ich kenn ihn gar nicht. Direkt hier bei C. Oh Gott. Direkt beim Stützpunkt C. Mama. Ich bin gemessert worden. Er hat derbe kassiert. Er muss abhauen, er würde sonst kaputt gehen. Er kommt, er kommt, er presst vor, ich bin tot. Scheiße, er braucht noch einen Schuss, dann ist er kaputt. Er ist kaputt. Ich hab halt keine Handgranate. Der ist noch da. Einen noch, einen noch. Einen Schuss braucht er noch. Der hat richtig einen Tank. Ich geh mal jetzt zu B. Wer niemand tot ist und mir folgen mag, bin ich sehr dankbar. Komm, steig mal bitte bei mir ein. Ich steig mal bitte bei mir ein. Ich bin ganz alleine bei B. Ja, wir kommen zu dir. Wir kommen zu dir. Und ich hör die Schritte. Ich hör sie. Wir sind da. Nachtigall, ich hör die Trapsen. Hörst du die Schritte im Haus? Nee. So lässt er mich nicht rein. Und da? Am Einsatzpunkt war kein Platz. Ja, das war ich im Dach bin. Komm jetzt, komm jetzt. Hast du einen? Ja, der kam rein. Da kommen noch mehr, da kommen noch mehr. Ich hör es. Granaten. Das war meine. Gasmaske aufziehen. Ich hasse diese Gasmaske. Nice. Nice. Wie wir alle zu viel hier oben drin hocken. Ich bin runter, ich bin runtergegangen. Ich bin ein Corporal geworden. Wir haben Einsatzziel Emil erobert. Oh Gott. Alles gut? Wohin, Birgi? Wohin? Ich guck gerade. Oh, wer, das hat einer von euch Gas geworfen? Nee. Okay. Okay, dann lass mal zu C wieder von hier. Alter. Aber wenn da halt irgendjemand Gas geschmissen, dann... Ja, egal. Ja, er schießt jetzt auf mich. Und ein Sniper war irgendwo. Ja, er ist tot, er ist tot, er ist tot, er ist tot, er ist tot. Okay, nice. Ich weiß nicht. Nein, Alter, mich hat irgendwas weggefetzt. Ein Sniper rechts von euch. Rechts, 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 rechts. Komm, erst mal hoch, komm erst mal hoch. Bin gleich bei C. Ja, ja, wir sind fast da. Rechts, genau, Max, da, genau. Hol ihn dir. Der ist hier, ist keiner. Der ist alles frei, ist alles frei. Ist alles gut. Der war doch hier hundertprozentig eben. Oh, Alter, der ist doch... Scheiße, 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 hier ist einer. Ah, der ist hinter uns, hinter uns, hinter uns, hinter uns, hinter uns. Ich bin down, bin down, hinter uns. Der ist in den Bergen, der ist der ganze ganze Zeit in den Bergen. Der ist östlich, der ist östlich. Oh, Alter. Irgendwo bei diesem Kastell ist der. Lass mich rein, lass mich rein da. Lass mich rein. Der ist hinter uns, hinter uns, hinter uns. Hat jemand einen Sniper? Nee. Negativ. Ich versuch mal vorzustürmen. Ja, da sind mehrere. Ja, ja. Einen hab ich erwischt. Muss nachladen. Ich schieße den Leuten immer in die Eier. Das war schon mal mein großes Problem. Ah, ich liege. Ist doch kein Problem, dass sie sterben sollen. Auf jeden Fall keine Kinder mehr danach zeugen. Seid ihr in meiner Nähe? Achso. Ja, fuck, bin down. Das Haus, ganz wichtig, safe. Ja, ich versuch's, versuch's, versuch's. Nee, negativ. Im hinteren Bereich sind die unter der Flagge. Alter, von wo? Die kommen alle von rechts gerade, von unten hoch. Mist, ich bin schon wieder gefallen. Bin jetzt bei dir, Bergy. Müssen uns da ran, von hinten irgendwie ran. Ja, genau. Wenn ihr sagen, ist oben dann da raus. Genau, die müssten jetzt alle am Spot irgendwie sein. Hinter uns. Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Ja, bin down, bin down, bin down. Wieso geht ihr immer die großen Runden hier? Verdammte Axt, Alter. Okay, okay, okay. Ja, ist gut, danke. Wir müssen auf dem, ne? Mein Spiel, packt mein Spiel wieder rum. Ich hab die ganze Zeit diese Ruckler. Nice. Oh, war knapp. Ah, einen hab ich weggeholt. Oben rechts in der Hochkommission ist noch einer. Einer ist direkt über uns, sozusagen. Ja, ja, okay. Der ist genau über euch. Ich hab meine Steuerung, weil ich, weil ich, weil ich, oh Gott. Er schieß von oben, er schieß von oben runter. Das ist alles ein bisschen unkoordiniert. Aber er ist tot, er ist tot. Kann einer hochkommission erst safen? Ah, hab ich's nicht. Aber du schaffst es. Doch, du musst es eigentlich schaffen. Ja, ich versuch's, Max. Das ist meine letzte Handlung. Nee, du bist noch da, alles gut. Oh, ich hab die, oh Gott, ich hab die Falsche aufgezogen. Alles gut, alles gut, alles gut. Ich weiß nicht wo. Scheiße, hinter mir. Oh, die sind da ganz unten. Scheiße, und ich bin genau da gespawnt. Okay, wir steigen mal Max ein wieder, wenn ihr Bock habt. Ja, ich lieg hier aber echt mitten on Spot, ne? Unter Beschuss. Unter Beschuss. Ja. Bist tot? Können wir nicht bei D hier rein? Nee, 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 noch nicht. Noch nicht, aber gleich auf jeden Fall. Ach, weil D ist noch nicht eingekommen. Also einnehmen werden wir das. Oh, Alter, wer ist er denn hier? Nein, 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 nein. Ach, shit. Das ist so ein Wach-Kid-Typ gewesen, ich glaub nie, ne? Dann geh ich jetzt bei F. Das ist nix. Ich bin quer durchs Feld. Ich werde auch immer von den gleichen Leuten hier gekillt, ey. Come on, come on. Ist einer von euch bei mir eingestiegen? Ja. Nice, Alter. Wie früher bei Battlefield in Vietnam. Ich vermisse es sogar, wenn man das Radio anstellen konnte. Ist gefällig, wenn die Leute mit den Köpfen immer so hoch und runter gemacht sind. Battlefield. Just in Battlefield. Hey, wieso F? Wer hat jetzt F markiert? Ich. Okay, dann laufe ich dann. Wollen wir da gerade dran. Nee, F wird schon, das machen wir zehn. Ja, das ist auf D, das ist auf D jetzt mal machen. Ja? Ja. Seid ihr bei D noch? Ja. Ja, gut, warte. Ich laufe hier zickzack. Ich habe es gleich, ich habe es gleich. Ja, klar, ich bin tot, ey. Jetzt kann ich mal sein. Scheiße, Scheiße. Hier sind voll viele im Feld. Bei mir. Aber da ist ja auch ein Panzer. Scheiße. Ich kann gar nicht zielen bei dir. Komm schon! Partner. Scheiße. Das war jetzt, das war jetzt. Ich schwör rein mit Toten. Das war jetzt. 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 Ich schwör rein mit Toten. Das war jetzt. Das war jetzt. Ich bin dröhne, Alter. Auf geht's. Hier rechts, 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 rechts. Oh, Alter. Wir kriegen ja so auf die Fresse von dem Ding nach vorne. Nice. Ich kann es nicht markieren. Wir gehen mal ein bisschen nach links. Raus, 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 raus. Rein, 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 rein. Oh Gott, ich bin echt in den Moskern. Oh, Alter. Fab schießt auf mich und ich tue auf mich und ich auf dich, Alter, was ging da ab. Der war ein Gegner. Was hast du denn getroffen? Ja, ja. Okay, nice. Ich schieße dich auf dich, denkst du es nah los. Wir sind oben, wir sind oben. Das ist auch noch ein Panzer. Das ist ein Panzer. Nehmt ihr einen? Ja, ich bin tot, aber vielleicht kriegen wir den noch. Magst du mal das vielleicht aufheben? Das wäre ganz nice eigentlich. Ich habe still keinen Mellick. Bleib liegen, mach ich nicht liegen. Wieso hebt der Typ mich nicht auf? Ich verstehe das nicht. Ich gebe die Rückendeckung, Taros. Okay, nice. Bleib nur noch liegen, bitte. Ja, ja, ja. Danke. Habt ihr den Panzer wegholen, der da jetzt war? Ja, nice. Aber die haben wir wieder verloren. Das ist unfassbar. Rechte Flanke. Immer im Wechsel. Aber wir müssen da mehr Punkte auch noch einnehmen. Das ist gut, sonst nichts. Die anderen haben wir ja. Gut, G-Kennräger. Wobei B kriegen wir jetzt gerade noch. Alles gut. Also alles gut, würde ich sagen. Wir kennen gar nichts. Einfach alles dunkel, ich sehe nichts. Das ist krass, ne? Das ist rechtsklang. Boah, ich habe jemanden mit einer Granate getroffen. Nice. Ja, hoch, hoch, hoch. Da ist. Bin on Spot und werde von Sicherheit sterben. Ich bin in der Ecke, bin in der Ecke bei D. Ja, ja, bin auch da. Weiß aber nicht, wo die sich verstecken haben. Oh, Maske, Maske, Maske. Ja, alles gut. Okay, D wird reingenommen. C sieht auch noch gut aus. Werden an Flammenwerfer. Was ist das für ein Sound, hier? Was ist das für ein Sound? Granaten, Granaten hier unten. Sie kommen alle von unten. Sie kommen alle von unten. Hier von unten. Rechts, 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 rechts. Ja, ich muss ganz gut von Süden, von Süden. Schau aus, Digga. Kannst du mal dein Messer aus meinem Gesicht nehmen, oder? Aber wir haben den Punkt. Der wird auch angenommen. Äh, ich bleibe mal in der Tadiers. Hier mal in der Tadiers. Der Mann, der Tadiers. Der Mann, der Tadiers. Der Mann, der Tadiers. Wo, Alter? Der war mich schützen, ne? Ja, ja, ja. Nice, danke. Danke. Das ist B, jetzt erst mal unser Ziel. Okay, wir haben E, wir haben E. Nice. Ja, einfach hinlegen. Einfach hinlegen. Ja. Der hatte ne Veteranenwaffe. Veteranenweapon. Hier ist irgendwo einer. Ne, Wache steht da. Wache steht da. Veteranenwache, okay. Steigt mal bei uns ein. Kannst du markieren? Ja, bin da. Was soll ich denn markieren? Ich sehe kein Auto. Ich höre es nur. Und da ist ein Panzer direkt vor uns. Oh Gott. Wo denn, wo denn? Im Nebel. Direkt, äh... Südwest. Oh, ich sehe es. Dahinten. Heimat einfach drauf. Heimat einfach drauf. Na warte, ich bleibe dich wieder. Er hat schon gut getaked, er hat schon gut getaked. Danke. Oh Gott, bin fast tot. Nice. Der hat nicht mehr viel, aber ich habe keine Munition mehr. Das ist mein Problem. Ist der nah dran? Kann ich mit der Panzergranate... Ja, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Aber meine Granate ist, glaube ich, nicht mehr angekommen. Warte, leb dich. Ich weiß nicht, wo der ist. Danke. Ich brauche noch einen Schuss mit der Panzerbüchse, Alter. Der hat mich auch gekriegt. Da. Taos, magst du auch nicht? Ich bin durch den Unfall gestorben. Was auch immer das so bedeuten hat. Taos, danke. Du warst ein Unfall. Ey, der hat nicht mehr viel, der hat echt nicht mehr viel, Leute. Ähm. Habt ihr noch eine Granate? Der hat nicht mehr viel. Ne, leider nicht. Wie hält's grad wird? Ich hab auch keine Granate mehr. Da kommen welche, da kommen welche, da kommen welche. Da. Hast du ihn? Hab einen. Achtung. Oh. Maske, Maske, Maske. Ich will keine Maske anziehen hier. Ich hasse die Maske. Die kommen mit Flammenwerfer. Ne, das war ich. Wie können die denn jetzt grad den Punkt einnehmen? Die sind doch eigentlich nicht überzeugt. Was ist das denn? Ja, der Panzer steht halt immer noch da. Oh Gott. Kann jemand munitionieren? Kann jemand munitionieren? Ist jemand so vor da? Ah, fuck. Wird gern zu Fab und Tim, weil die grad fast tot sind. Boah, nein, hinter mir auch. Ich bin unten im Bunker gewesen. Ja, soll ich, soll ich hier runterkommen oder denkst du zu gefährlich? Ne, ich bin tot. Also es ist, da kommen auch zwei zu euch hoch jetzt. Taus, geh mal bitte zu Fab, gib, 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 gib. Nein, wobei, es geht, es geht. Es ist alles gut, es ist alles gut. Granate. Tot? Wer, du bist tot? Ne, der. Der, der da vorne lag gerade, der da vorne hochkam. Könnt ihr den Panzer markieren? Ne, jetzt geh ich hier nicht. Ich versuch's gerade. Hast du noch ein Buggy? Boah, alter. Nice. Ich bin nämlich mit dem Bomber unterwegs, wenn du mir jetzt irgendwie markieren kannst. Ey, von der Seite, von der Fab, von hinter dir, hinter dir, Fab, hinter dir. Fab, von rechts, rechts. Ach, fuck. Ich dachte, was sind ich doch da? Wo denn? Oh, Entschuldigung. Hinter mir, hinter mir, hinter mir, hinter mir. Ach, fuck. Ja, stark. Der läuft die ganze Zeit da rum. Der läuft die ganze Zeit da rum. Ja, ja. Oh, Mann. Boah, alter, was war das denn? Oh, Mann. Das war eng. Es ist noch nicht vorbei. Das glaube ich aber auch nicht. Bin auf dem Weg zum B. B holen wir uns noch. Nice, Fab. Ja, okay, G wird auch gerade geholt. Bei B ist Gas. Ja, bin bei B. Nein, die Musik kommt, das heißt ich noch fast verloren. Das ist ein Pferd, Alter. Das ist ein Panzer, aber gar kein Pferd. Okay, scheiße. Ja, bin aber tot. Digga. Der Panzerwagen da holt uns. Das klingt immer so, als wäre Fab so gestolpert. Ich bin gefallen, Leute. Robert. Du hast gestolpert. Wir haben den noch eingenommen. Wir haben den noch eingenommen. Nice. Es ist gefühlt ein Sieg. Das glaube ich aber auch. Ja, es ist knapp. Wir liegen knapp. Gefühlt haben wir gewonnen. Ey, wir haben fast alle Punkte. Das ist krass. Darum geht es eigentlich. Ist einer mit dem Fallschirm runtergegangen? Oh, ich sehe ihn nicht. Ha, ha, ha. Oh. Immer die, die auf dem Boden liegen, die Lümmels. Die Lümmels, wie du meinst. Die Lümmels, Alter. Ja, der ist gefallen. It's over, Leute. Das war's, Leute. Ja, wir sind auch noch mal gut zurück. Leute, das war sehr schön. Wenn es euch auch gefallen hat, dann lasst ihr gerne eine Bewertung da. Und schreibt auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn ihr mehr Battlefield sehen wollt, dann lasst auch eine Bewertung da. Und ganz wichtig, ich habe es schon in der letzten Folge gesagt. Wir sind keine Battlefield Pros. Wir spielen das einfach nur just for fun, Leute. Also ganz entspannt. Und hier verlinken wir euch jetzt noch andere Battlefield-Folgen. Und ja, das war's. Tschüss. Und wenn ihr auch Silvester feiert, dann war's auch vielleicht eine Bewertung da. Wir feiern vielleicht auch morgen Silvester. Tschüss, Leute. Tschüss. 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 Tschüss.